Moin Moin und Willkommen zur 279. Folge The British Forces. Wir spielen OKW, wir spielen 4v4 und zwar zusammen mit Space Jesus, mit Cashfire, mit Ratze und alle spielen sie OKW. Könnte hart werden, na, schauen wir mal. Dann spielen wir gegen Phoenix und Krokodil Gustav und beide spielen Briten plus KK Forgan oder Forgan, äh, nö, kein Bock. Und dann noch Ixi Eiskun oder so ähnlich. Ja, die spielen auf jeden Fall mit. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier erstmal schnell alles eingenommen bekommen, wenn möglich. No commanding, please. Das muss jetzt einfach irgendwie sein, keine Ahnung. Kommen wir mal eben ganz kurz da in die Mitte. Und die Jungs werden sich da mal eben aufhalten. Bin ja mal gespannt. Ne? Kommt nix. Hm. So, wir werden jetzt erstmal hier zu machen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, wir können direkt weiter. Was mir nicht so passt, ist das hier. Das wäre mir anders lieber. Aber gut. Kann man nix machen. Ja, welchen Commander nehmen wir dann mal? Das ist eine gute Frage. Hm. Also entweder würde ich ganz gerne Überwachung nehmen oder Befestigungsanlagen. Da bin ich mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Ah, müssen wir eben einen kleinen Tick leiser machen hier. Was haben wir da? Okay. Fokus, fokus, fokus. Na Gott. Jetzt können wir nochmal ein bisschen raushauen hier. Die werden sich da rum mal kümmern. Ah. Jetzt werden wir ein bisschen was an Schaden immerhin machen können. Ah. Das wäre auch noch was. Das muss nicht sein. Na. Hauen wir mal lieber ab. Kübelwügel kann mal hier rüber vorn. Die sind da am Fighten. Ah. Da kommen sie gar nicht mehr durch. Okay. Gut zu wissen. Dann ziehen wir uns da nochmal eben zurück. Gucken mal, dass wir... Na. Da werden wir eher nichts machen. Hm. Kriegen wir den dann da raus? Wir haben jetzt noch gar nichts irgendwie. Dann werden wir mal zusehen. Okay. Das ist nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Steht der Verteidigung. Huiuiuiuiuiui. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Hm. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich bin gerade ein kleines bisschen überfrägt. Das Problem ist, dass wir jetzt hier links einhaben, rechts einhaben. Das ist ein kleines Problem. Hm. Ich glaube, wir werden gar nicht so weit vorne an unsere Base setzen. Na, oder? Bin mir nicht sicher. Shit. Jetzt habe ich auf den Kübelwagen nicht geachtet. Dammit. Ah ja. Passiert sowas. Passiert, passiert, passiert. Oh. Hm. Hm. Ja, komm. Basis bauen. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ähm. Hm. Die Bomben könnten ganz nützlich sein. Was nicht gut ist, dass wir hier schon alleine gelassen werden. Hm. Hm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Kurz hier drüben mal eben sammeln. Ähm. Was baut er denn jetzt? Er baut schon Arty. Ah, okay. Hm. Das war doof dann. Da können wir reparieren. Da, da, da. Stopp eben. Reparieren. So. Hm. Hm. Jetzt kommen sie ran hier. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ähm. Wir holen uns nochmal einen Trop ran hier. Wir holen uns nochmal einen Trop ran hier. Komm schon. Granate, Granate, Granate. Weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht sterben. Ui, ui, ui. Da kommt jetzt auch noch was von der Seite. Ja, super. Hm. Das ist ziemlich uncool. Das ist ziemlich uncool, was hier gerade passiert. Äh. Äh. Das ist auch scheiße. Jetzt haben sie uns da schon eine Art hier hingeworfen. Ii, 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 ii. Oh, oh. Das sieht nach keinem guten Start aus. Ja, komm. Wir holen uns hier nochmal einen ran. Das Problem ist, dass wir hier halt auch schon voll im Fight sind und dass das Ding hier uns Probleme machen wird. Hm, ein bisschen weiter nach unten. So, die sind das mit den Waffen. Gehen die mal eben da rein. Gott, Gott, da. Kriegen die den? Ich denke mal nicht. Aber egal. Egal, egal, egal. Oh Gott, da ist auch noch ein MG gerade rein. Das habe ich ein bisschen spät registriert. Okay, das wird leider nix. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Das sieht ganz bitter aus, was hier gerade passiert. Ui, 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 ui. Ach. Das wird so nix. Kommen da zwar ran, aber... Naja, gut. Wir können die immerhin gleich unter Beschuss nehmen. Oh Gott, wie wir das jetzt direkt verloren haben. Uh, krasser Scheiß. Oh, jetzt haben sie natürlich ihre Bases da angefangen aufzubauen. Mh. Wir fangen dann natürlich jetzt an zu kassieren. Nicht schön. Nicht schön. So, jetzt können wir noch mal versuchen zu reparieren. Ui, ei, 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 ei. Oh, Mann. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Da sitzen sie jetzt. Okay. Ach du Scheiße. Aber wir schießen mal da so hin und hoffen, dass wir irgendwas auf dem Weg dahin treffen. So. Naja, Stockergebäude wäre ganz cool. Wobei, ja, doch Stocker. Na, ne, mit Gebäude bauen sieht das scheiße aus. Mh, mh, mh. Jetzt kommen sie ran. Ah, Gott, 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 Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ein bisschen hier so. Genau. Ui, 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 ui. Einmal auf den da fokussen, wenn möglich. Naja. Naja. Drucken wir trotzdem hier ein bisschen aufpassen. Na. Naja, jetzt hat uns schon wieder in derartige herangesetzt. Der Arsch. Naja. 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 Musst du auch mal weg. Komm schon. Naja. Aua. Die hat gesessen. Eieieieieiei. Komm schon, Ballad. Ja, das hat auch gesessen. Ja, Leute. Ihr müsst schon ein bisschen mithelfen. Sonst schaue das nicht gut aus. Au, 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 au. Vor allem, wir verlieren gerade so viele Männer. Okay. Waffen muss jetzt. Geht nicht anders. Wir müssen da jetzt mal irgendwie draufhalten. haben die da ein deutsches MG. Auf den Fakt. Komm schon, jetzt versuch, den mal wegzuhauen. Ja, mit dem Verteidigungs-Buff ist das ganz gut gerade. Aber trotzdem. Okay, den einen haben wir jetzt immerhin. Puh, ich glaube, ohne den Buff hätten wir das jetzt nicht geschafft. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Meine Fresse nochmal. Ähm, da ist eine Bombe hochgeflogen. Ui, 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 ui. Ja, so viel zum Dingens, ne? Ja, das hab ich auch schon erwartet, dass das passieren wird. Oh, schieß du mal. Ach, so viel dazu. Okay. Haben die immerhin noch rausbekommen. Wow, wow, wow. Dass wir das noch gehalten haben. Wow. Trotzdem wird's jetzt langsam aber sicher echt mal Zeit. Oh, ich bin mir echt nicht sicher, ob wir das überhaupt bauen sollen. Das sind 300 Mamm, aber die wir im Moment echt brauchen. Wow, leckt was gerade? Ach nee, Quatsch, lecken. Der fährt ja noch irgendwo hin. Bevor irgendwas tut. Den Mörser wird er wohl jetzt sauber. So, Bär. Oh, wir haben's geschafft. Nochmal schnell hier ne Riegelmine bauen. Ui, 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 ui. Tö, 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 tö. Alle noch am Laufen. Oh, die hängen da immer noch drin, die Spinner. Ah, ne, ne Stugger wär echt super. Na, gucken wir mal. Oh, da kommt schon wieder was. Alles klar, die sollten sich mal ganz schnell verziehen. Der auch nochmal. Ne, ne, ne. 50. Brauchen Munition. Jetzt wollen wir das hier eventuell nicht halten. Ei, 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 ei. Was ist denn jetzt? Da ist unser Artie. Hop, 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 hop. Was ist das? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiß, den Cromwell jetzt auch noch. Hm, wir haben jetzt nur eine. Wir müssen jetzt hinterher. Da kommt irgendwas. Oh, Flamm. Mhm. Alles klar. Ja, 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 ja. Der ist doch voll rein. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Und das Gebäude rein. Dann können die euch zumindest so schnell nichts mehr. Balabum, balabum, balabum. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, wir haben ihn. Jetzt kann der Pupp sich hier auch nochmal verziehen. Ah, da braucht er. Ne, er wirft ihn. Ne, er wirft ihn eigentlich. Hier ist schon wieder seinen Scheiß dahin. Aber egal. Diesmal werden wir doch scheißen. Oh, ein Bunker. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Okay. Also die Mine war echt gut. Die Minge war richtig gut. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen hier. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Einmal da. Müssen wir mal die blöde Basis hier unter Beschuss nehmen. Auch wenn das nicht so viel bringt. Vor allem hier haben sie auch noch einen Verteidigungsbonus. Das ist halt extremst scheiße. Die brauchen unbedingt eine Stugger. Da ist sie jetzt im Bau. Wow, wow. Da ist noch ein Mörser. Alles klar. Na egal, das Gebäude ist fast weg. Das ist die Hauptsache. So, weiter. Rauf, rauf, rauf. Okay, Jungs. Ach, wie wir uns das im Moment überhaupt nicht leisten können, hier mal das Upgrade zu ziehen. Das ist schon krass. Wenn wir da eine Bombe hinfahren. Das wäre gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt mal sagen. Gucken wir mal. Das brauchen wir wohl gar nicht, oder? Wir kriegen das Ding aber irgendwie so auch nicht richtig. Auf der anderen Seite. Wir machen das jetzt wirklich. Da, 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 da. Gucken wir mal, was passiert. Ob wir das hinkriegen. So, jetzt müssen wir uns aber trotzdem mal hier Sammelohrn. Also, die Stugger schon. Sehr schön. Dam, 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 dam. No. Ja, oh Mann. Na ja, das Ding ist ja noch explodiert. Immerhin. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier nochmal richtig schön Beschuss geben. Ah, okay, guck mal. Da hat einer mitgedacht und mitgemacht. Und sonst, dass er hier... Nein, wir sparen es uns nicht. Wir legen da noch eine rauf. Weil das jetzt natürlich wieder so eine Sache ist. Jetzt haben wir... Aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Sie fangen jetzt an, hier zurück zu pallern. Und da kommen sie jetzt angefahren, die Spinner. Eieieiei. Ah, fokus mal dem Panzer renequent. Aua. Aua. Ah. Hau die mal raus, da. Was für den Panzer hier ist, ist ziemlich uncool. Wieso? Ach so, weil die gerade die Waffe bauen. Ich wollte gerade sagen, wieso rüsten die nicht nach? Aua, 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 aua. Heidewitzka. So, Upgrade gezogen. Jetzt rüsten sie auch wieder nach. So, jetzt können wir doch endlich mal das Upgrade ziehen. Ja, wenn hier mal jemand rappen könnte, wäre halt ganz toll. Also jetzt mal ernsthaft. Oh, die werden mal ganz kurz hier abwarten, Tee trinken. Da kümmert sich auch keiner hier um Reparaturen, ne? Also, teamtechnisch. Da müssen wir mal ganz kurz ran. Schlugger braucht noch einen Tick. Hm, wir müssen uns auch langsam mal echt irgendwie um die Dings Gedanken machen. Äh, wieso sind wir unterdrückt? So, an wegen dem Flieger. Ach. So, jetzt können wir uns auch da hin zurückziehen. Tö, tö, tö. Müssen wir nur drauf achten, ne? Von wegen verlieren und so. Tö, 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 tö. Das heißt, unsere ist auch gleich wieder ready. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, wir werden das Ding mal hier setzen. Dass wir die Flieger dann auch mal runterholen. Das wäre mir zumindest ganz lieb. So, jetzt sollten wir uns nochmal bewegen. Na, wobei... Na, er sieht das halt. Das ist halt scheiße. Das ist halt richtig scheiße. Ja. Komm, komm, komm. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ah. So geht das eigentlich. Ah, so ging das wirklich noch. Die ganzen Gebäude, wie die alle schon platt sind. Ah, ah, ah. Das Gebäude geht gleich drauf, wenn das so weitergeht. Ja. Toll. So viel zum Thema. Man kann sich ja langsam mal das Upgrade holen. Ach, geil. Es ist so geil. Hm. Ja, damn it, ne? Guck mal, was da alles angeschissen kommt. Das ist jetzt echt nicht wenig. Aua, aua. Wir können uns einfach überfahren. Oh, wie ich das hasse, ne? Ich hasse es. Ja. Das bringt so einfach nichts. Alter, der Beschuss ist immer noch dabei. Der Beschuss ist real. Ah, 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 ah. Komm mal ein Stück ran. Dann könntest du eventuell noch was erwischen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, eventuell. Sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Sie kommen sogar noch ran. Ah, shit, dafür sind die weg. Ah, 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 ja, geht so. Was er sein kann. Ah, 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 ah. Komische Geräusche macht. Ja, irgendwas zum Reparieren. Ah, Gott, Sven, was hat er dann da versucht? Das war jetzt aber ein bisschen, ein bisschen Trischki. Ah, es war schon zu erwarten, dass das drauf geht. Hm. Hm, wir müssen uns langsam echt um die Siegpunkte bedanken machen. Ja, der Panzer wäre ganz gut, glaube ich. Ich glaube schon. Bei Aufklärung auch nicht das Schlechteste wäre. Ah, hier ist schon wieder ziemlich viel geploppt. Wow. Jetzt geht das hier weiter. Den kann man noch verwerten. Hm. Oh, wei, oh, wei. Eine können wir uns jetzt endlich wieder leisten. Na, das geht auf einmal noch hier irgendwo hin. Na, okay. Nicht in der Nähe. Gut, gut, gut. Immer noch. Alter, Schwede. Ach, das ist... What the fuck. Ganz oft. Hat es dir echt noch erwischt. Halt. Wir brauchen einen Mann. Sonst wird das nix. Okay. Stöger, komm mal ein Stück ran. Jetzt sind die leider... Okay, jetzt kommen langsam echt ganz schön viele... ...Dings in Sicht. Da ist das Teil. Da stehen auch noch welche. Ah, jetzt haben sie sich schon wieder bewegt. Das trifft doch schon wieder null. So könnte das treffen. Ah, okay. Einen Trupp verloren. Wir brauchen auf jeden Fall Panzerjäger. Ah, damn it. Jetzt andersrum machen müssen. Ah, wobei. Das geht. Geht, geht, geht. So. Jetzt können wir uns nochmal eben hier darum kümmern. Geht er gar nicht. Oh, 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 oh. Du musst nicht sterben, Pio. So. Ui, 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 ui. Ah, na, schauen wir mal. Ich hoffe, der Panzerjäger wird ein bisschen was bringen. Das ist gerade unschön. Das ist gerade ziemlich unschön. Oh, du solltest... Ne, na, ne. Schieß mal darauf, wenn du kannst. Ah, nicht dein Ernst. Der blöde Saft sagt der blöde. Da ist unser Jagdpanzer. Okay, na toll. Hm. Dass der so lange überlebt hat, ne. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ja, Panzer ist zwar da, aber halt ein bisschen vergleichsweise spät. Äh, ärgerlich. Ne, haben die jetzt abgebrochen? Ne, haben sie nicht. Da bleibt ja auch mal so ein bisschen was über. Ah, wir könnten nochmal Obersoldaten gebrauchen. Und vor allen Dingen müssten wir uns auch nochmal drum kümmern, dass die Dingens kaputt sind. Boah, ich dachte gerade, da wäre unser Trupp drauf gegangen. Die Art, die kaputt gemacht wird. Okay, wir sollten ihn hier rüber holen. Wir sollten ihn hier rüber holen und ihr solltet da nicht direkt reinlaufen. Das wäre ziemlich, ziemlich unklug. Äh, einmal hier hin. So. Au, 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 au. So nicht. Au. Warum denn immer? Aua. Gibt's aber nicht. So. Randa. So was können wir reißen? Äh. Äh. Eicht so wohl nicht. Ah, ist echt rumgelaufen, dass wir halt alle nur mit, mit OKW spielen. Das ist echt blöd gelaufen. Na, nicht auf das Wrack schießen. Gottes Willen. Ah. Schieß du mal lieber auf den da. Ah, damit. Er ist schon tot. Oder was? Nein. Gott verfuckt. Ernsthaft. 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 Freundin. Okay. Puh. Okay, da sind auch schon wieder Proppen. Wollen wir mal rauf da, auch wenn das vielleicht nicht ganz treffen mag. Au, au. Boah. Glück gehabt. Dafür die Pios verloren. Shit. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ah, Stocker hat scheinbar auch nicht getroffen. Irgendwie so oder so noch nicht so viel erwischt. Leider, leider, leider. Na? So siehst du den nicht jetzt. Da hinten kommen jetzt aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die kommen immer weiter. Ja. Shit. Hätte nicht stehen bleiben dürfen. Ich bin nochmal stehen geblieben. Das war ein Fehler. Ah, wir brauchen nochmal ein bisschen Manpower. Au, au, au. War das eine Bofor? Das war doch gerade eine Bofor. What the fuck? Ich bin ja nicht andauernd Beschuss kommen würde. Da wäre ich ja schon mal ganz glücklich. So, kommt schon. Kommt schon. Schießt so gut es geht. Ballabumm, ballabumm. Das soll ich nicht so abziehen Wenn ihr könnt, dann schießt er auch Alter, was hier abgeht Ach, Quatsch Quitsch, Quatsch, Traubenmatsch Bin auch reingelaufen wieder Au, au Tja, jetzt werden sie uns hier einfach rushen Panzerjäger, 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 Panzerjäger Die haben einfach nur schlecht gespielt, was soll es? Das ist Quatsch Das ist einfach nur Quatsch Ja, ja Egal Da kann man jetzt vor allen Dingen auch nicht mehr viel Schaden machen Das ist das Problem Ja, mein Gott Dann ist das halt so, dass es gebannt wird Meine Fresse nochmal Aber so immer ist die Landmatratze jetzt auch nicht Die ist stark, ja, keine Frage Aber meine Güte, ey Dass die Leute sich immer gleich so aufregen Ich reg mich nicht auf Ich fand das ein schönes Spiel Auch wenn wir halt verloren haben Sind halt nicht immer die Spiele gut, die man gewinnt Wollen wir mal festhalten Na, wir müssen mal gucken, dass wir die irgendwie noch Beschossoren kriegen Na, komm, komm, komm Da darf man nicht hin Da gibt's fett Beschoss Genauso wie da vorne Hallo, bewegt euch mal Danke Ja Ei, 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 ei Ei, 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 ei Der Flame hat uns ja einfach verfolgt Ah, ah Ich will nicht Okay Das sieht jetzt gerade weniger gut aus Uyuyuyuyuyuy Alter, schwede heute witz geht aber hier echt die fahrt jetzt müssen wir uns da mal schnell weg bewegen das obwohl ich da gerade hin wollte damit kriegen wir das ding noch weg also halbwegs damit das ding direkt wieder ein nein aufgeben tun wir trotzdem nicht das ist blöd so was ja dann geht auch raus ja das ist genau das was ich auch nicht verstehe ja wie wärs mit weniger frei gucken wir mal bisschen was steht ja von uns noch uiuiuiui da sind noch welche das glaube nicht weniger so jungs kann doch mal ein bisschen nachdrücken da hinten kriegt er keine keine dings keine nachrüstmöglichkeit wer uns nicht unter kontrolle gekriegt hat naja nicht so schlimm na toll wenn die sektor artillerie gar nicht nutzen das ist ja scheiße das ist auch scheiße und weil sie sich gerade nicht bewegen schock aufschock 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 auf erst nicht bewegen lässt sich einfach nicht bewegen au 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 Crunchy ein mal hier hinten hin die braucht es noch ein bisschen na dame erschätzt ich kann ja nicht meinen königstiger holen du bist du Mann, 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 wie kann man nur so rumheulen? Der Typ soll mal aufhören, so rumzuheulen. Ey, ernsthaft, das nervt langsam. So langsam nervt es. Meine Herren. Ah, gucken wir mal hier. Da sitzt doch mal ein bisschen. Ah, leider können wir dagegen nichts machen. Hm. Tja, ne? Was sind dann jetzt auch die letzten Sekündchen? Würde ich schon mal sorgen. Na ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Was wir nochmal machen könnten. Ah, ne. Lohnt nicht. Endlich. Endlich ist er raus. Meine Herren. Anstrengender Typ. Echt anstrengender Typ. Jetzt können wir auch gerne aufgeben. Einen Infanterie-Trupp verloren. Es ist vorbei. Wir wurden besiegt. Da muss ich mich jetzt mal amüsieren. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Um hier einfach nur einen auszuwischen. Genau das ist nämlich der Knackpunkt. Oh, schaut mal. Diesmal haben wir sogar einen Skin bekommen. Das ist ja auch interessant. Also man kann trotzdem noch was bekommen. An Sachen. Das ist doch auch in Ordnung. Ich dachte zum Beispiel. Man bekommt wirklich immer nur 500 Coins. Das find ich interessant. Ha. Und da hat sich das Spiel direkt verabscheut. Ja gut. Da machen wir mal ganz kurz einen Break. Und sehen uns ja gleich wieder. Ja. Da sind wir dann jetzt auch wieder. Und da muss ich sagen. Mäh. Ich wollte euch eigentlich hier nochmal zeigen. Was, wie, wo, wann. Aber schaut mal. Man sieht hier leider gar nichts. Das ist irgendwie gerade ein bisschen blöd. Und was so viel schlimmer ist. Wenn wir hier bei Wiederholungen reingucken. Mäh. War es nischt. Ich hab das Ding glaube ich noch ausgestellt gehabt. Sprich den Ordner noch mit den Dings versehen. Weil das Spiel manchmal halt einfach nur komisch reagiert. Also leider keine Siegeskarte. Schade, schade, schade. Naja. Ich hoffe trotzdem ihr habt soweit Spaß gehabt. Ich meine. Hauptsache wir haben ihn einen ausgewischt. Und ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.